du kannst wieder zocken ich kann endlich wieder zocken was der hat ein passwort äh leon kannst du mich kurz das passwort anlösen ne ganz gewiss nicht du kannst jetzt schön überlegen so neunzigster versuch computer ist blockiert 14 jahre leon kannst du wieder zocken ich geh doch mal nach Hause hast du super gemacht und nun da muss ich mir jetzt einen neuen computer kaufen so